Die Lehrerin Frau W. stellt ihre Klasse einen neuen Schüler vor. Schnell merken alle, dass Danny anders ist und hänseln ihn deswegen. Um um die Hänseleien zu vergessen, geht Danny in den Park und kauft sich Drogen. Jasmin erwischt ihn dabei und stellt ihn zur Rede. Am nächsten Tag unterstützt Jasmin Danny beim Dialog mit den anderen. Und klären auf, was Schwulsein bedeutet.